bei der kanal info steht ja kanal gründung oder den kanal gibt schon seit 2016 grob gesagt aber video das erste video hier das klau hockey video was ihr hier seht das kam ende 2017 so gegen 2018 und so habe ich richtig angefangen videos zu machen hier habe ich ja nur kurz videos teilweise gemacht in groß so das gab es am letzten video so in groß klassik als so klassik format und heute gibt es das nächste klassik video und zwar zeige ich euch heute mein erstes video sagt dass hier vor drei jahren ist schon so wenn vor 2017 als ziemlich gegen ende hier seht jetzt recht das video vorher würde ich euch gerne auffordern ab zu abonnieren was ich noch nicht getan hat gerne klocke klocke aktivieren wenn ihr nichts mehr verpassen wollte auf diesem kanal ja jetzt viel spaß mit dem ersten video was ich das online ist auf meinem kanal so so Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.